Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So Leute, jetzt machen wir wieder einen Fahrfilm. Verspätet zum 1. August, aber die Lok ist leider ein paar Tage später gekommen, zeigen wir euch die neue AE66 von Pico, von Pico Avico, mit allen Funktionen und im Fahrbetrieb. Sie zieht dann am Schluss noch einen Schnellzug. Like und Abo nicht vergessen und ciao. So Leute, jetzt machen wir einen Schnellzug. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schnellzuges nach Luzern, Art Goldau, Gotthard, Bellizona, Lugano, Chiasso, ohne Halt bis Luzern. Bitte einsteigen. Vorsicht bei der Abfahrt. Schnellzuges nach Luzern. Schnellzuges nach Luzern. Schnelles 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 nach Luzern. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.